Wo bist denn du? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich bin immer noch da, wo wir eben standen. Ja, komm. Geh zurück. Also zurück hoch. Da, wo wir hergekommen sind. Ja, links lang. Halt, halt, halt. Hier bin ich doch. Hier. Hier. Vor dir. Vor dir, links. Du Hirsch, Alter. Hallo und willkommen zurück. Zurück zum Road to Eden. Wir schlagen uns hier gerade irgendwie durch Zone 2 mit ein bisschen Leben, wenig Essen, wenig Money und versuchen unseren Rucksack wiederzufinden. Sobo ist ein bisschen am Verzweifeln. Oh, guck mal, hier ist eine Riesen... Entschuldigung. Ja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Aber hier... Schnellt. Läuft denn da rum? Wo läuft das? Wir sterben wieder. 100% den Dino ist da. Scheiße. Wir haben versucht, mit dem gelben Kreppelauto hier irgendwie durchzukommen, aber das ist stecken geblieben. Ja, und jetzt sind wir zu Fuß, bergauf, bergab. Einfach rennen. Ich... Ich... Ich hab nur noch ein jahres bisschen Leben. Also ein Viertel so. Ich folg dir einfach. Komm schon, komm schon, back hoch hier. Komm, komm, bitte, bitte. Oh, nein. Da steht was. Ja, so eine Krauchmutti. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall, wenn wir wieder was haben, oder mal hin? Ah. Wir müssen mal rum und ziehen. Ach du Scheiße, die rufen. Wo bist du denn? Komm. Nein, wo sind wir denn hier? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, hier nochmal rum, komm. Oder müssen wir hoch. Warte mal, lass uns mal kurz gucken. Hier kommen bestimmt... Aha. Wie so ein... Lass uns hier einfach lang rennen, schnell. Okay, okay. Luft schön an der Wand. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Das kann unser Tod sein, aber... Aber das ist ja direkt... Also das wirkt wie der direkte Fink. Hm. Da ist es in mir. Ein bisschen nimmst du mir liegt trotzdem. Ja, na toll. Und dann kriege ich wieder eine Granate auf den Kopf. Oh. Okay, komm, hier dran vorbei. Ah. Ich glaube nicht, dass wir unseren Rucksack wiederbekommen. Also noch wird da alle Zeit. Aber das so querfällt ein durch Zone 2 ist uncool. Ja, vor allem zu Fuß. Na, aufpacken. Waren wir denn unten? Nee. Oben. Wir haben doch runter geguckt, oder? Wir haben doch hier über diesen Canyon geguckt und haben das Foto gemacht. Na ja, aber das mag da unten sein. Komm, wir gehen nach unten zur Straße. Nee, das kann nicht unten sein. Da ist doch die Straße da unten. Das ist aber die untere, oder? Also ich glaube, wir müssen hoch. Ja, so weit oben war. Oh, pack, oh, pack. Ja, okay. Hier geht es ein bisschen. Also ich kann nicht da runterkommen, weil ich habe kaum noch Leben. Wenn ich jetzt da falle. Dann such dir eine Stelle, wo du entspannter bist. Lauf links lang. Nee, andere Seite lang. Nein, nicht da lang. Geh rum oben. Nein, andere Seite lang. Nee, geht nicht. Hier kann ich lang. Doch, da. Ist doch flach. Nee, da sind wir jetzt hoch. Aber wir sind hier falsch. Wir müssen da oben bleiben. Nein. Doch. Blub, einfach. Ist falsch. Ja, komm. Wir müssen hinten aber ein bisschen bergkraxeln. Ist egal. Kurz erholen? Nö. Oder geht? Okay. Then go. Kommen wir hier hoch? Nee, hier nicht. Hier kommen wir nicht. Oh je. Da geht es bergauf. Wir müssen da runter. Zu der Straße. Mein roter Feld zeigt nach oben. Ja, ja. Wo bist denn du? Weiß ich nicht. Wo bist du? Ich bin immer noch da, wo wir eben standen. Ja, komm. Geh zurück. Also zurück hoch. Da, wo wir hergekommen sind. Ja. Links lang. Halt, halt, halt. Hier bin ich doch. Hier. Hier. Vor dir. Vor dir links. Du Hirsch, Alter. Wo hast du selber lachen, oder? Kommt ich nicht. Hier. Wir kommen mal nicht runter. Hier. 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 Ja, hier links, habe ich gesagt. Wir müssen hier runter. Wir können mal nicht. Spring. Spring ist zu hoch. Ich bin tot. Wir müssen hier runter. Aber geht nicht. Wir müssen mal. Das macht mir hier ein bisschen Angst. Du tötest mich wieder. Komm, wir gehen über den Berg. Aber über den Berg. Über den Jordan. Genau, wir gehen über den Jordan. Verdammt. Das wird Walking Simulator heute, aber egal. Wir müssen hier irgendwie da hinkommen. Also, wenn wir unseren Rucksack nicht mehr kriegen, okay, Pech. Aber vielleicht können wir das Auto noch wiederholen. Aber jetzt Ludwig in Richtung meines Rucksacks. Bis jetzt. Ja. Und dann holen wir uns auf jeden Fall erstmal noch ein paar Utensilen aus Zone 1, weil Zone 2 so ist erstmal nicht so geil. Das ist nur jetzt diese Stelle da. Die ist eben ein bisschen knackiger. Weil das andere lief. Ah. Er schnauft. Ja, er schnauft. Oh, war lange heute die Ausdauer. Ja, vor allem, wo kommen die denn auf jeden Fall alle her? Ich kann es dir nicht sagen. Das habe ich ja nicht verstanden. Wir haben ja draußen alles leer gemacht. Dann sind wir drin gegangen. Und immer waren Bärwölfe, Blah, all so ein Zeug da auf jeden Fall. Ah. Ich muss doch irgendwo mal runtergehen. Kann ich nur hochgehen. Doch, geht nur hoch. Wollen wir unseren Schlafsack hier hinlegen? Weil wollen wir jetzt sterben? Also ich werde jetzt sterben. Beim nächsten Sturz. Hast du gar nicht schnell? Nee. Ich habe auch Bandage und so ein gar nicht weiter. Lass mich mal vorgehen. Mal gucken, ob man hier vielleicht zur Straße kommt. Ich glaube, da bleibt wieder so eine Kante unten. Ja. Wir kommen da nie mehr hin. Also doch oben über der Kucke? Boah. Hoch. Pass auf, dann ist hier oben so ein Sonderplatz für irgendwelche Mega-Fiecher. Scheiße, wir finden nie wieder zurück. Ja, siehst du? Hier werden sie uns verscharen. Die Viecher? Verscharen sie uns. Ja. Wir kommen hier nicht mehr runter. Das ist viel zu hoch. Erst weiden sie uns aus und dann verscharen sie uns hier. Zwischen den alten Ruinen-Dingern. Wo es hoch geht, muss es doch wieder runtergehen. Was ist los hier? Jetzt. Ja, nur kurz. Wenn wir jetzt hier runterstürzen, sind wir da. Ähm. Ja, wo lang? Was hilft da denn? Halt. Jetzt sieht er wohl noch zu. Aber hier vielleicht. Vielleicht, vielleicht gibt's nicht. Nee, vielleicht. Bevor du irgendwas probierst, leg dir in den Schlafsack. Ja, ja. Aber hier könnte das... Wird so eh ein Hüpferchen sein hier? Ein Hüpferchen? Ja, doch. Immer macht er A. Hier. Wo bist du denn? Hinter dir. Hier macht er immer A. Geh mal anders lang. Nee, geh mal von dir aus. Ja, da lang. Da lang, ja. Nicht runter, nicht runter. Wer oben lang? Auf der Kuppe. In die Richtung. Nee. Also in Richtung Norden. Geh mal oben drauf lang in Richtung Norden. Komm. Nee, das geht nicht. Doch, hier geht's flacher. Hier drüben. Na ja, passt schon, passt schon. Pas schon, passt schon. Dann gehen wir ja ganz gemütlich den Berg unter. Wiesse, das soll total entspannen. Oh man, meine Augen drehen schon. Warum? Weiß nicht, ich bin traurig. Hier ist er kurz gehüpft. Bei mir hüpft er nicht. Hier ist ein... Ich glaube, hier ist... Hier ist ein Pfad, oder? Jetzt ein Pfader, Pfad. Na, zieht aus, zieht aus. Die tut aus. Siehst du, wo ich langgegangen bin? Sehr gezählt. Lass hier nicht wieder eine Klippe sein, bitte. Nee, aber zehn Dinos und drei Werwölfe. Na gut, dann müssen wir uns hier ein bisschen durchpacken. Ich hab... Ein bisschen schrotzen, Muni hab ich noch. Siehst du, sind wir doch schon. Das ist doch. Ähm. Wir sind aber immer noch nicht, doch. Wir müssen mal weiter runter. Da ist doch eine Klippe, wa? Wo bist du denn? Aber hier kann man schön nach... Einfach geradeaus richtigen Totenpunkt. Bin ich ja. Aber da bist du nicht. Aber hier kann ich runtergehen. Runter? Ja. Na ja, ich bin schon unten. Wir rennen da nicht immer so schnell. Ja doch, gab Jachtwuschiges. Ja, du brauchst aber deine Energie, wenn gleich hier T-Rexi mit kurzen Ärmchen und Wehrwölfchen kommt. Ich seh schon wieder eine Klippe. Hier waren wir schon immer. Glaub nicht. Aber hier ist das Haus. Und da sitzt ein Wehrwölf. Ein Haus und ein Wehrwölf. Na hier sind wir doch hingegangen, da ist doch das Haus. Ah, wir müssen dann nach rechts. Komm, hier. Grief, dann brauchen wir uns ja irgendwie runter. Hier müsste ja das Auto sein erstmal. Wir haben ja ein Stückchen weggeparkt. Na, so weit weg war das auch nicht. Nee, aber lieber ein Stückchen weiter erstmal weg, als in die Mäuterin rennen. Ich glaube, das war genau hier, wo wir parkt haben. Ich glaube, die haben das Auto gesnackt. Nee, das steht noch. Nee, die snacken das nicht, wenn wir da nicht drin sind. Na toll, du hast dein Zeug schon hier vorne. Ich muss erst drin in den Bunker. Na ja, Hauptsache, ich habe nichts. Super. Ah nee, ich bin ja vor der Tür gestorben, wa? Okay, hier holen wir mal meinen Atem wieder. Deinen Atem? Ja, hier die Atem. Wer ist das denn, Ausdauer? Also rück mal da anzuschleichen. Schleichen ist relativ. Ich renne. Okay, die Heinis sind da. Ach du Scheiße, ich muss echt in den Länden drin. Na denn, schieß mir mal den Weg frei. Und das sehr schnell. Ey, ich mach mir jetzt erstmal hier meinen Schlafsack hin. Das ist wo Schlafsack ist. Ah, warte mal, was ist das denn? Da war's nur. Was war denn das? Da, Gas, Heini, kommt. Du musst jetzt hier... Mach schnell, mach schnell. Mach schnell! Ne, kann er nicht so schnell. Er schießt nicht das Auto. Ach du, eine Granate. Er hat doch nicht aufs Auto geschossen. Ich hab aufs Auto geschossen. Okay, Schlagfack. Meiner liegt auch. Warte, komm, warum? Ne, Helm, Annika. So, jetzt kann ich erstmal hier... Okay, dann setze ich mir den Helm auf. Militärverband. Gib mir mal auch ein, zwei Stück davon. Oder ein Bandage oder irgendwas. Warte, warte, warte. Ich hab keine Ahnung. Schnell, mein Loot ist gleich weg. Schneller. Wo ist das? Warte, hier kommt noch was. Jetzt schießt mir den Weg frei. Was? Oh nein. Was? Ach, jetzt sieht's wieder. Ich dachte, das steht. Ach so, warte mal. Ich muss mir kurz meinen Helm aufsetzen. Ich muss nur schnell an meine Kiste ran und dann bin ich erstmal zufrieden. Gammelt dann hier rum. Ja, komischerweise sind die Werbewerfer jetzt weg. Oh, oh. Viele, viele, viele. Richtig viele. Ich kenne Granaten bei. Hier ist die Granate. Ja, ja, ja. Irgendwas hat er kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin langsam. Wie lange fliegt die denn? Geht zum Auto. Lade aus. Ja, ja. Irgendwas hat er mir kaputt geschossen. Ah, meine Ledertasche. Ja, weil du 10 Millionen Waffen beierst. Nee. Die Kenschwein braucht. Kommt doch raus, ihr Lappen. Die wollen mich raus. Kommt doch nicht raus. Ach so, ich hoffe, ich kann auch wieder high-kehle-mutter. Nee. Nee? Mein Loot, mein Loot ist weg. Nein, komm da nicht ran, wie soll ich denn machen? Geht doch gleich, ich komm doch gleich. Ich hole mich nicht ran, jag sch mutual. So, der ist hin. Granate immer noch. Ist die granatische... Okay. Die liegt da noch. Ja, ja, ich hab gesehen. Warte. Ich glaube, der explodiert hier nicht. So, nächste. So, nächste. So, nächste. So, der ist links. Alter, Schwede. Er braucht viel, alter. Oh, ich bin schon wieder tot. Das ist ja nicht so schlimm. Oh. Der nervt mich. Die treffe ich irgendwie nicht hier. Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich muss mal gucken, ob ich zu meiner Kiste komme. Wer ist das? Wer ist das? Ja, mach. Jetzt sei tot. So, jetzt komme ich. Und der zweiten kriegst du auch gleich. Wer ist das? Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ach so? Nee, die liegt hier noch. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. So, wenn der jetzt eh nicht mehr da ist, dann fahren wir los. Ja, wenn du gesagt hast, sie liegt hier noch. Nee, also jetzt sehe ich sie nicht mehr, aber eben als die Kinder ran. Das muss der Typ, der es mal umfallen kann. Hast du nur noch Schrotze, ja? Nee, ich habe auch noch die andere. Dann gib mir einfach irgendeine Waffe mit Munition, dann schieße ich selber. Nee, das hat auch nicht mehr viel Muni. Warte. Ich sehe leider nichts mehr. Das war alles weg, der nicht. Das ist hart. Dann sind meine Ausflüge in Zone 2 erstmal beendet. Ohne Klamotten und ohne Waffen. Nee, bringt nichts. Denn lass uns abhauen. Mit meinen 80 Schuss hier. Oder 60 die Knorrhabe. Nee, hier will ich jetzt auch nicht mehr rinnen. Hatte zwar viel Kran drin, aber... Du hattest Kram drin? Oder in dem Ding? In dem Haus. Nee, dann sollten wir uns erstmal überlegen, ob wir eventuell uns hier irgendwo eine Location suchen. Ja, aber auf der anderen Seite. Da, wo das Krankenhaus war. Wo die Häuser waren, da in der Nähe vielleicht. Obwohl, jetzt haben wir unsere Schlafsäcke hier liegen. Egal, dann setzen wir uns da hinten neun hin. Okay. Wer weiß, wartet auch wahr. Vielleicht ist das auch ja kein Punkt gewesen, wo man schon hätte hingehen sollen. Naja, dann soll es noch hingehen. Das ist schon okay, aber erstmal sollten wir mehr auf unsere Waffen achten. Dass wir vielleicht die besten Waffen haben und die stärksten Waffen haben und nicht hier ne Schrotze mit 26 Schaden oder so. Die bringt ja immer gar nichts. Nee, die hat nicht 26 Schaden. Meine schon. Achso? Oh, Dino. Das ist ein langer Weg bis nach Hause. Dann rüsten wir uns erstmal wieder auf. Also wir bleiben wahrscheinlich demnächst erstmal in Zone 1. Nö, wir ziehen um. Nach Zone 2. In Zone 1 ist ja nichts mehr, haben wir ja schon in letzter Folge gesagt. Haben wir ja jetzt alles entdeckt und alles geholt. Ja, aber ich brauch doch neue Sachen. Ich hab doch nichts mehr. Waffen, ja, dann müssen wir auch hoch ins Camp. Also nicht in dit Camp, sondern oben zum Gate und die Zelte durchsuchen. Da gibt es ja nur Sachen und Waffen, die ein bisschen was konnten. Hey, da in diesem komischen Supermarkt in Zone 1 oder in diesem... Achso. Da, wo der Gabelstab da drin war, da war doch er sucht. Da hinten, ja, da war Muni viel. Ne, Klamotten? Ja, doch, Klamotten waren da auch viele. Da waren locker drin. Ja, aber da waren keine drin. Wir haben ja nur gesagt, das sind so... Jetzt kriegst du mir wieder einen roten Punkt dann. Echt? Sollen wir doch noch mal gucken? Ich kann denen doch eine Waffe geben. Aber der rote Punkt ist direkt... Bisschen, bisschen neben dem Osten. Ja, wir sind ja jetzt auch rumgefahren um den Berg, ne? Vielleicht bleiben die Sachen auch liegen, bis man sie holt. Aber ich hab jetzt auch... Also ich hab jetzt am Ende auch nicht mehr dafür achtet. Dann kann ich immer nur 32... Aber wir kommen ja da nicht ran. Also, du schaffst das ja nicht, die wegzuschießen da. Auf die Schnelle. Ne, komm, ist egal. Ne, haben wir immer mehr. Na ja, eben. Käfer. Doch, da sollten wir mal ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben, mit was auch immer, aber... Ach, die fallen, wenn sie fallen, aber das Problem war, dass eben immer wieder welche nachgekommen sind. Das war ja nicht mal wie es fallen. Wir kommen jetzt auch mal eine Knarre, die ein bisschen schneller schießt als eine Trotzer. Oder vielleicht eh eine M60 oder so. Ja. Dann geht mal ein bisschen die Post ab, wenn wir zu zweit vielleicht schießen mit so einer... Mit so einer Dicken. Am besten ist immer noch der Karabiner vom Treffen, also von der Durchschlagskraft her. Aber der ist eben langsam. Ja, aber der schießt immer nur und der verzieht auch so doll. Ich meine, er hatte sechs, aber fünf oder sechs Schuss. Er hat immer noch fünf oder sechs Schuss, aber... Ich hatte eben dafür leider nicht genug Muni bei. Ja, die Muni liegt jetzt da, in dem Ding drin. Die gute Trotflinte, oh. Nein, die Trotflinte lieb's ja wie Sand am Meer. Aber nicht so gute. Ach, vielleicht doch. Beim nächsten Mal, wenn wir öffnen, haben wir wieder Glück. Eventuell. Oh, ich muss unbedingt trinken, halt mal an. Ich seh schon, verschwommen. Also, missglückte, oder halbmissglückte Rettungsaktion. Das stimmt. Huh, wo ist er? Achso, der ist schneller weit vorne. So. Ey. Ich glaube nicht, Herr Wacht. Ist einfach nur an, das Auto. Okay, dann ist irgendwas kaputtieren. Weste oder so. Ja stimmt, ich hatte ja nur so eine Ersatzweste noch. Die andere war ja auch schon kaputt. Ja gut, dann machen wir hier erst mal... Und dann haben wir hier erst mal... Ich bin aber. Oder irgendwas anderes hat mich angefahren. Oder angespuckt. Aber jetzt trage ich auf einmal zu viel wieder. Gut, dann fahren wir nach Hause. Und machen wir hier Schluss. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Auch da rinnen. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.